Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, weil es ein so langer und komplizierter Begriff ist, wird in der Medizin auch gerne als PAVK abgekürzt, ist eine der weniger bekannten chronischen und atherosklerotisch bedingten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie entsteht, wenn sich die Arterien, welche die Extremitäten, also Arme und Beine versorgen, durch Ablagerung, sogenannte Plaques, verengen oder verschließen. In den meisten Fällen sind bei der PAVK die Beine betroffen. Im fortgeschrittenen Stadium, also wenn die PAVK schon sehr weit fortgeschritten ist, dann kann es sein, dass auch die Hauptschlagader, also die Aorta oder auch die gehirnversorgenden Gefäße betroffen sind. Das bedeutet, PAVK-Patienten haben nicht nur ein Risiko, dass sich die Gefäße in den Beinen oder in den Arm verschließen, sondern dass sie auch noch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder beides bekommen können. Die Hauptursache der PAVK ist die Atherosklerose, ein meist langsam, über viele Jahre verlaufener Prozess, bei dem sich die Blutgefäße allmählich durch sogenannte Plaques verengen. Dabei lagern sich LDL-Cholesterin und weiße Blutkörperchen in den Gefäßwänden ein und verdicken sie. Der Gefäßdurchmesser nimmt kontinuierlich ab und die Blutgefäße verlieren ihre Elastizität. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Die PAVK hat zudem das Problem, dass sie sich langsam über viele Jahre entwickelt und man das meistens erst mal gar nicht merkt. Man sagt auch dazu, sie bleibt unbemerkt, weil sie entweder gar keine oder nur geringe Beschwerden macht. Wenn sie dann aber weiter fortgeschritten ist, dann spürt man das sehr deutlich. Das kann dann zum Beispiel sein, dass man gelegentliche Beinschmerzen beim Spazierengehen hat oder dass man tatsächlich, wenn man spaziert oder irgendwo längs geht, so starke Schmerzen hat, dass man anfängt zu hinken oder die Gehstrecke kürzer wird. Und daher kommt auch der andere Name, das ist ein bisschen der ältere Name, den man für die PAVK hatte, die sogenannte Schaufensterkrankheit. Bedeutet, man bleibt eigentlich bei jedem Schaufenster stehen, weil man nur so lang gehen kann. Also man guckt nicht ins Schaufenster, weil es spannend ist, sondern man schafft die Strecke bis zum nächsten Schaufenster, dann tun die Beine so weh, dass man warten muss und dann kann man wieder loslaufen bis zum nächsten Schaufenster. Die Beschwerden entstehen dann, wenn die Durchblutung, also die Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff nicht mehr ausreicht. Das merken die Muskeln und die beschweren sich dann. Im weiteren Verlauf kann es sogar sein, dass man aber auch in Ruhe, also nicht nur, wenn die Muskeln arbeiten, sondern wenn man zum Beispiel liegt, Schmerzen hat. Infolge der schlechten Durchblutung, nehmen wir mal das Beispiel Beine, kann es auch sein, dass wenn man eine Wunde am Bein hat, dass diese dann viel länger braucht, um zu heilen oder dass es dann Komplikationen gibt. Über die Häufigkeit der PAVK gibt es keine ganz exakten Angaben, weil sehr wahrscheinlich viele Menschen die PAVK haben, ohne dass man es überhaupt weiß. Aufgrund von Studien hat man aber so eine ungefähre Vorstellung. Man geht davon aus, dass acht Prozent der Männer, also acht von 100 Männern in Deutschland und 5,5 Prozent der Frauen, jetzt gibt es ja keine halben Frauen, also das errechnet durchschnittlich, sagen wir mal fünf bis sechs von 100 Frauen eine PAVK haben. Wobei die Häufigkeit zunimmt, je älter man wird. Ein erhöhtes Risiko für eine PAVK haben vor allem Menschen, die rauchen. Diabetiker, also Menschen mit der Zuckerkrankheit und Menschen, die einen zu hohen oder die zu hohe Blutfettwerte haben. Dabei muss man sagen, dass das Rauchen den wichtigsten, sogenannten mengenabhängigen Risikofaktor darstellt. Das heißt, wenn ich viel rauche, man sagt auch, das hängt quasi mit jeder Zigarette zusammen, je mehr ich rauche, desto höher ist auch das Risiko. Also es geht nicht nur darum, rauche ich generell oder nicht, sondern auch wie viel rauche ich eigentlich. Und nahezu alle Patienten mit einer fortgeschrittenen PAVK sind entweder Raucher oder haben geraucht. Beim zweiten wichtigen Risikofaktor, dem Diabetes mellitus, der Zuckerkrankheit, ist es ähnlich. Auch da geht es darum, wie lange habe ich die Zuckerkrankheit und wie schwer ist diese Erkrankung bei mir. Auch das ist ein entscheidender Einflussfaktor. Weitere wichtige Risikofaktoren sind Bluthochdruck, auch bekannt, spürt man auch nicht unbedingt, und ein dauerhaft erhöhtes LDL-Cholesterin. Auch das ist etwas, was man nicht unbedingt merkt, sondern dann erst, wenn man beim Arzt ist, auf dem Zettel sieht, ja, wenn das LDL mal abgenommen wird und wenn man sagt, aha, da ist ja ein Wert, der ist ja zu hoch. Also man spürt es jetzt nicht unbedingt. Ich sitze jetzt hier nicht und könnte spüren, dass mein LDL zu hoch ist. Bei der Vorbeugung und Behandlung der PAVK kommt es maßgeblich auf Ihre Mitarbeit an. Dabei gilt es, PAVK-Risikofaktoren zu minimieren, also gering zu halten. Was sollten Sie deswegen machen? Also bewegen Sie sich regelmäßig und ausreichend, nicht nur ein bisschen, sondern dann wirklich längere Spaziergänge, gucken, welcher Sport Ihnen Spaß macht, das machen. Dann ist es wichtig, Übergewicht zu vermeiden und aufs Rauchen zu verzichten. Das ist nicht leicht, aber das ist wirklich, wirklich wichtig. Wichtig ist zudem, dass Ihre Blutfettwerte und da vor allem das LDL-Cholesterin im Normalbereich liegen. Und bei Diabetikern, also Menschen, die die Zuckerkrankheit haben, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass der Blutzucker gut eingestellt ist. In der Regel reichen bei einer fortgeschrittenen PAVK diese gerade aufgeführten Änderungen des Lebensstils aber nicht mehr aus, sondern eine regelmäßige und oft lebenslange Einnahme von Arzneimitteln, also Medikamenten, ist dann unerlässlich. Wenn Sie noch mehr über Ihr persönliches Arthrosklerose-Risiko erfahren wollen, dann klicken Sie doch mal auf den Link und füllen Sie den Risikofragebogen aus. Ihre gesammelten Angaben können Sie dann mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt besprechen. Und der Arzt oder die Ärztin kann dann auch Ihren LDL-Cholesterinwert bestimmen und gemeinsam mit ihm besprechen, durch welche Maßnahmen Sie Ihr individuelles Risiko verringern und den Zielwert des LDLs, den sogenannten LDL-C-Zielwert erreichen können. Je früher die PAVK erkannt wird und je früher Risikofaktoren ausgeschaltet werden, desto eher kann ein weiteres Fortschreiten gebremst werden. Denn die Atherosklerose ist unbehandelt ein kontinuierlich fortschreitender Prozess, der sich nur durch dauerhaft und konsequent durchgeführte Maßnahmen zwar nicht aufhalten, aber verlangsamen lässt. Informationen und wertvolle Hinweise dazu sowie rund um das Thema Cholesterin finden Sie verständlich und kompakt aufbereitet auf der Webseite www.cholesterin-neu-verstehen.de